Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal, nämlich ein weiteres Video von Badwars. Und heute zeige ich euch das neue Update, das kleine, super tolle Update. Wie ihr gesehen habt, es gibt jetzt einen Lucky Blocks Airdrops. Dazu ist es noch Double XP Week. Ich würde sagen, wir legen los und los geht's. So, wir sind einfach auf dem neuen Match gelandet, richtig geil. Wir sind jetzt nur zwei Leute im Team, das ist nicht so geil. Aber ja, wir schaffen das locker mit Lucky Blocks. Ich muss sagen, wir haben ein sehr großer Spawn hier, ne? Deswegen werden wir versuchen jetzt hier alles rausbekommen, was wir machen können. So, einmal kurz schnell das Bett einbauen. Ah, schwer, schwer, schwer daran zu gehen jetzt sofort. Aber das Gute ist, auch noch sechs Minuten werden dann noch sogar hier die ganzen Sachen kommen. Oh, warte, komm, der will, der will, der will. Komm, komm, komm. Oh, ja, komm, 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 komm. Oh, easy clap, easy clap, easy clap. Okay, easy, 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 das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. So, wir verheißen noch kurz mal die restlichen... Ah, ich will aber sparen gerne. Komm, wir müssen uns sparen auf Holz. Nice, da haben wir schon unser Holz. Hey, wer schießt da auf mich? Oh, Lucky Blocks, komm mal kurz. Ah, wow, Bienen, okay. Okay, oh man, also der Typ mit dem Bogen geht, da bist du schon auf die Nerven schon. Wir haben jetzt eigentlich First Person richtige Ansicht auf You, auch richtig cool. Aber was wir gerade da planen, das gefällt mir ganz und gar nicht irgendwie. Oh, die warten einfach nur auf Diamanten, kann auch sein. Aber diese Ära hat jetzt... Okay, sie hat doch kein Ende. Okay, aber jetzt schon was gut, nice. Tigerantreter hat es schon zwei, oha, krass. Wir haben das Bett absichert, aber wie gesagt, wir sind wesentlich in der Unterzahl. Das heißt, wenn wir das Bett hier nicht absichern, dann, ja, können wir schnell verkacken. Aber nicht mit mir, denn ich werde hier nichts verkacken. Und wenn sie sich trauen, dann baue ich die ganz einfach weg mit meinen Bow Skills. Oh Gott, komm, die wollen jetzt richtig. Na, komm, von runter und weg ist er, easy. Uh, zwei Diamanten. Zack. Oh, hä? Oh Gott, ich glaube, der kommt hier so lecker wie die Hölle irgendwie. Ja, okay. Mann! Ja, super. Komm, fall. Nice. So, ein bisschen glitschige, glitsche Sachen hier hinpacken. Ja, genau, rutscht aus. Okay, unser Bett ist eigentlich ganz so... Ah, wo es geht, hm? Wir brauchen noch ein bisschen mehr, wir brauchen ein bisschen besser Schwert. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Pfeile. Okay, machen wir mal drüben Stress, darf ich mal sagen, ne? Noch zwei Minuten zurück, dann kommen die ersten Airdrops. Weil immer jede sechste Minute kommen Airdrops. Schon wieder eine Giant Potion, okay. Alter! Nice! Oh nein, ich wollte ihn gar nicht treffen. Oh nein, der Arme! Ja, okay, er fährt runter. Okay, er hat anscheinend einen Dodo. Schlimmer kurz zurück. Ah, okay, ein Shield, der gut kann, wenn man das bauen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Hallo, wir rennen dahin, da kommt doch einer. Easy! Okay, so. Oh, nice, er hat Diamantenbrot. Okay, dann würde ich sagen, upgrade. Oh, wir brauchen einen Diamant noch. Okay, so, nice. Jetzt haben wir endlich hier den Rest. Zack! Und jetzt sind wir schon ready. Gar nicht mal so schlechter Teammate. Und gleich ist schon das, äh... Ja, die Airdrops. Mal gucken, wo sie landen. Oh, da kommen sie schon. Airdrop inbound. Ähm, ja, gut. Manchmal packt das ein bisschen rum. Ich habe das Gefühl, dass es nicht kommt. Aber es wird gleich kommen. Und dann wird es richtig... Oh, da! Da kommen sie schon. Okay, schnell, schnell, schnell. Wir müssen in die Mitte. Wir müssen schnell in die Mitte. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht gleich rüber von den Gelben. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, ich habe keine Blöcke, sehe ich gerade. Oh, zurück, 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 zurück. Okay, den da. Den da werden wir uns holen. Schnell rüber, schnell rüber. Fürs Video. Oh. Okay, okay, okay. Oh. Ah, wow, perfekt. Ja, das hat sich auch voll gelohnt. Ich muss sagen, man bekommt eigentlich immer seltenere Items rein. Aber irgendwie... Jetzt gerade die Seltenheit ist eher... Ja, Mangelware. Oh Gott, wo geht sie lang? Oh, oh. Nein, ich habe es gesetzert. Oh. Ja, ja, ja. Nimm, 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 nimm. Oh, jetzt so. Komm hoch, komm hoch, hoch. Oh, ja, die ist geflogen. Sauber. Oh Gott. Ich muss da schnell zu meiner Base hin. Nein. Mann. So knapp war das. Schade. Oh, ein Speed Pie. Ah, lol, das ist er da. Oh, ich habe mich gar nicht gemerkt. Lol. Oh, nein, das kann keiner gemerkt. Und wo ist mein Teammate hin? Jetzt bin ich alleine. Warum baut er das Bett nicht ab? Das ist mir nur eine Frage. Hey, er steht da ganz... Oh Gott, er hat mich eingebaut. Oh Gott. Okay. Komm, zack, zack, zack. Easy, komm. Ja. Oh. Kann das sein, dass der Kills fahren will? Oh Gott, jetzt gelau die richtig hölle ab hier. Mann. Ja, wow. Ich habe einen Riesen getötet, aber nicht den. Oh mein Gott. Muss ich sagen, ist auch perfekt eigentlich platziert, ne? Der will den nicht loslassen, ne? Der hat Bock auf mich. Und da kommen gerade welche. Oh. Bitte alles, renn da hin. Er nutzt das hier richtig aus dem Spot. Warum kann ich die Rage-Paid-Eule auf den losgehen? Oh, ist er unterfallen? Das hängt ja ernsthaft die ganze Zeit drin und ich komme nicht raus? Oh mein Gott, warum? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Der Einzelne der Überlebenden noch im Bett bin ich der Einzelne. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ach, der ist aber echt nervig, muss man sagen. Was ist das denn für ein Match hier, bitte? Oh mein Gott, Leute. Endlich ist der mal weggelaufen. Oh, er kommt schon wieder. Haha, ich habe einen Trick gefunden. Einfach durchgehen und spammen. Dann kann er nichts machen hier. Er hat einfach selbst gefangen. Aber er lässt es auch nicht los, Mann. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind den endlich ausgewichen. Oh. Mein. Gott. Was sind die denn jetzt für mich? Ja, komm. Wie soll ich mit dem knüppeln? Wie soll ich mit dem knüppeln? Ich meine, ich mache immer eine Ruhe. Okay, anderer Plan. Ja, okay. Oh, hier ist noch ein super-lucky-Block nächstes Mal. Ah, komm, komm, komm. Oh, der ist ja bugged, oder wie? Nein, wir können ihn nicht abbauen. Oh. Oh. Okay, perfekt, perfekt. Er hat jetzt wesentlich mehr Abstand zu mir. Das heißt, ich kann ihn noch trotzdem terrorisieren, wie ich jetzt noch die Raketen-Armory-Sache habe. Habe ich die? Nein, ich habe sie nicht. Haha, jetzt habe ich sie. So, jetzt wird hier entgegengespielt. Hör mal. Ich habe es reibt. Jetzt reicht es. So, jetzt hätte ich jetzt so Tode-Raketen raketisiert. Aber anscheinend die Jogutute sind ja nicht zu jucken, irgendwie. Ah ja, okay, jetzt ist er unterwegs. Jetzt ist er ja an. Oh, da fliegt er. Aber nicht tot. Der noch belongs. Da ist er. Da ist er. Komm zu mir. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Was? Okay. Anscheinend haben wir ihn bekommen. Aber das will mich davon abhalten, das weiterzuführen. Das ist das Problem, was ich habe momentan, dass er das Rageplate hat. Aber mit ein paar Raketen und Firebillen müsste es eigentlich funktionieren. Okay, jetzt wird er anscheinend da hinten ab. Das ist ein bisschen Kacke. Okay, dann ist anscheinend jetzt hier noch ein Lucky Blocks-Duell. Nice. Okay, Airdruck kommt wieder. Ich hoffe mal, er kommt jetzt. Bitte bei mir. Bitte bei mir. Bitte bei mir. Bitte. Oh, der kommt da hinten. Oh mein Gott. Nice. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen habt, dann ist das noch ein Daumen oben da. Wenn ihr euch eh mit ihr seid oder auch irgendeine Frauen, da ist mein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video von Badwurst oder sonstiges abonnt habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.